Eyo Leute, was geht? Heute spielen wir mal The Forest und der liebe Manius ist wieder dabei. Ja, was geht, Digga? Hi. Ja, ja, Mann. Hier, nimm mal die... Müssen wir das mitnehmen? Die Dosen, ja, gell? Ich mag jetzt als erstes direkt mal testen. Unter mir liegt gerade so eine weiße Dose. Ja. Und ist die für uns beide da oder ist die nur für mich da? Nee, nee, du, da ist keine für mich. Das, ich glaube, aber ich... Okay, das heißt, wir looten immer unterschiedlich. Ja, genau. Ich tue alles Staubsaugen, ist mir so egal. Ey, hier ist ein Eichhörnchen. Kann man das killen? Ja, warte, ich ess kurz. Okay, also man isst direkt, wenn man nichts essen nimmt. Schau mal ganz kurz her, eine Sache muss ich dir noch zeigen. Also das kann ich... Dieses Spiel ist ja so unrealistisch. Also... Alter, ich habe das Eichhörnchen getötet. Kann man, glaube ich, machen wir mit. Ja, okay, dann lassen wir hier noch... Lassen wir hier looten. Oh, die sind zugesperrt. Ich parke mich, by the way, immer bei solchen Spielen. Ah, du kannst... Genau, du kannst die Koffer aufbrechen mit deinem... Oh, hier Vögel. Ja, ja. Ich habe ihn nicht erwischt. Oh, ich habe ihn... Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, die noch nicht... Ja, du hast noch einer, Digga, er fängt einfach nicht weg. Pfff, okay. Wenn wir uns gegenseitig entschlagen... Oh, 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 sorry, Digga, sorry. Aber ich habe, glaube ich, keinen Schaden bekommen. Echt? Ich muss noch bisschen checken, wie ich hier die Anzeige aufgeteilt habe. Jetzt habe ich, glaube ich, Herr, jetzt bekomme ich schon wieder aufgeschlagen. Okay, sorry, sorry. Ich sehe das Bild, ich sehe das Bild. Und ja, sie geht aus, wir machen. Der guckt euch da, ich bleib mal, weil wir stehen. Oh, ja, ich bewege mich gar nicht, gerade. okay ich kann nicht weggenommen das ist unser objektiv den wieder zu tun ja kannst du ja ja wenn du lang genug aus der schaust dass man ohne kostenrediger ja ja das habe ich voran versucht ist das nämlich ich hoffe das ist aber nicht weiter gelaufen ja ich auch digga aber hey mit weh kannst du irgendwas machen ich glaube Ah, das ist ein Handbuch. Ah, also Crafting. Ja, genau. Ah, ich habe irgendwie, wie ich einen Molotow machen kann. Genau, habe ich auch. Also das ist gut, in so einem Nature-Book, das ist das erste, was du dann zum Molotow gucken willst. Ja, das ist echt so. Ja, lass Steine nachholen und dann das Lagerfeuer vielleicht auch. Ja, lass uns noch ein schönes Plätzchen suchen. Ja, okay, ein schönes Plätzchen. Let's go. Also wenn wir irgendwo zu so einem überschaubaren Ort kommen, Ja, wir können den auch zu einem überschaubaren... Oh, der ist chillig hier. Hier ist Wasser. Digga, ich kenne den Pool einfach. Oh, hier sind Fische drin. Oh, yo, Digga, ich glaube, dass hier gehört schon jemanden. Echt? Schau mal. Ah. Da haben wir Sachen auch gebaut, Digga, so Fallen und sowas. Fallen oder? Oh. Ja. Hä, hier ist übel chillig. Lass hier wohl einen Scheiß drauf. Ich sehe überhaupt, Digga. Hä, wo bist du? Sehe ich gar nicht. Hier oben, schau mal. Oh, hä? Das ist ja richtig nice. Warte, ich komme mal. Du bist beiseite gering. Oh nein, ich fange nicht. Beiseite gering, Verdiener. Es kann hier nur einer bleiben, Mann. Okay, Digga. Ich sehe deine Augen. Ich sehe deine Augen. Ich konnte gerade in dein Gebiss schauen. Nein. Oh mein Gott. Also ich finde es hier echt cool, Digga. Lass mal hier bleiben, oder? Ja, ganz ehrlich. Also wie gesagt, ich glaube halt, das gehört jemanden, aber lass nehmen. Hä, hier ist voll chillig. Oh, hier ist richtig geil die Aussicht hier bauen wir, Digga. Oh. Digga, hier scheint auch richtig schön die Sonne durch. Guck mal hier oben. Oh, auf jeden Fall so ein bisschen was Überschaubares, glaube ich. Oh, Bro. Oh, no. Was? Schau dir das mal an, Digga. Ah ja, das ist safe von diesen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, kein Bock mehr. Der hat mich gerade so erschrocken. Ich habe auch gerade... Das sind zwei von denen. Oh, komm. Wir müssen jetzt Gang-Up sein. Wir müssen jetzt Männer. Okay, 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 okay. Komm, wir gehen erst auf den Linken. Ja, ja, ja. Komm, wir haben wir... Oh, fuck. Ich habe... Shit. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe das Reh in der Hand. Ich habe ihn gerade nicht überreden. Ich schlage. Bro, ich bin fast tot. Vorsicht. Oh, scheiße, Digga. Oh, ich bin fast tot, Digga. Ich muss laufen. Scheiße, ja, okay. Ich muss noch... Ich habe vergessen, dass wir mit Pazen öffnen. Ich habe immer noch das Rehen. Digga, die krabbeln. Alter, oh mein Gott, lauf. Oh mein Gott. Wir nehmen die Hops. Nee, Digga, ich beschütze dich. Keine Sache. Okay, warte, ich helfe. Wir müssen nichts gegen uns machen, Digga. Bisschen kann ich helfen. Ja, Digga, wir gehen. Wir nehmen die Hops. Ja, Digga, so läuft das, Digga. So läuft das. Nice, nice. Digga, der hat den Schutzgeld nicht bezahlt. Oh, wichtig, wichtig. Der andere ist noch da. Der andere kommt uns nicht, Digga. Ganz ehrlich. Wer läuft da weg? Der wird Stress, Digga, der kriegt Stress, ja? Der läuft komplett weg gerade. Ja, passt doch. Lass mal sowas hier machen. Das große. Komm mal her. Also, aber warte mal. Lass das mal hier auf dieser großen Fläche machen. Da haben wir alles überschaubar. Und wir sind tatsächlich, glaube ich, auch schon am Meer. Oh, ja. Oh, geil. Okay, warte. Oh, nein, hier ist so ein Kämpf von denen, Digga. Echt? Hier ist straight up so ein Kämpf von denen. Oh. Ja, egal, fuck it. Übernehmen wir, oder? Ich habe echt ein bisschen Schiss gerade. Dann, hey, lass doch zurück, weil wir können doch bei den Seilen hochsippen, wenn die kommen. Genau, okay. Ich glaube... Nee. Was ist denn da vorne? Was leuchtet denn da? Oh, ich sehe literally nichts. Hä, da leuchtet irgendwas. Ja, ja, das ist das Flugzeug, Digga. Echt jetzt? Hier haben wir angefangen. Wir sind einmal komplett umrum gelaufen. Achso. Dann hat hier also gar keinen Orientierung. Äh, hast du noch zwei Steine? Zwei Steine brauche ich noch? Ja, habe ich safe. Genau, hier. Und dann können wir anmachen. Nice. Okay, dann sehen wir hoffentlich was. Nice. Oh. Oh. Nice, wichtig. Ja, wir haben ein Feuerzeug. Warte, vielleicht kann ich noch irgendwie ein bisschen... Oh. Hast du es gehört? Ja. Oh mein Gott, ich gehe so hart. Komm schon ins Flugzeug, komm ins Flugzeug, Digga, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nimm mich, nimm mich. Er ist jünger. Was willst du? Ich habe gerade richtiges, Bro. Ich auch, die waren so komische Geräusche. Also Bro, falls das wirklich das letzte Mal ist, dass wir uns sehen, dann... Okay, ja. Warte, wir müssen doch irgendwas craften können. Was ist denn safe, Digga? Ich höre die die ganze Zeit überall. Kraft gerade nix. Ist das jetzt ein Molotow-Cocktail, den ich habe, oder? Oh, ja, Digga. Okay, jetzt können die kommen, die Pisser. Warte, ich will auch einen machen. Ich will auch einen machen. Wie macht man den? Ja, Alkohol. Zack. Zack. Ich habe es, ich habe es. Let's go. Okay, Digga, die sollen jetzt kommen, ganz ehrlich. Okay, jetzt kommen die kommen, Junge. Und das ist unser Lager. Oh shit, ich bin durchs Feuer gelaufen. Oh ja, süß. Oh, du brennst, Alter. Alter, du brennst übelhart. Ich muss ins Wasser, ich muss ins Wasser. Ja. Wo ist das Wasser hier? Oh shit, ich habe gerade die Pisser gehört. Oh, er kommt, er kommt. Wo, wo, wo? Oh, oh mein Gott, Überforderung. Ist das nicht geklappt? Oh nein, Digga, so verstehst du, egal. Ich mache ihn kaputt, Junge. Ja, den haben wir, Digga, den haben wir. Gute Arbeit. Ich habe seine Zahl rausgeschlagen. Okay, ich kann nicht aufhören zu schlagen. Jetzt. Ey, schau mal, dieses Reh ist komplett am Bein mit uns. Wo? Da hinten ist Chillzoo. Das ist unser Kumpel, den nennen wir... Billy. Ja, Billy, Billy finde ich gut. Wie wäre es mit so einer Unterkunft, warte? Wie lege ich jetzt das Fleisch drauf, mit C oder was? Oh doch, ja, mit C legst du das Fleisch drauf. Oh, ich muss schon ins Wasser, Digga, du musst schon ins Wasser, du brennst. Oh, ja, wo ist das Wasser? Ich, hier, hier, hier. Ja? Oh, ja, ja. Ich, ich, hier. Ach, der Heilige. Oh, shit, Digga, ich bin fast tot. Ey, ich fäll mal hier den Baum. Äh, ja, ich fäll auch mal ein bisschen was. Oh, ja, hier, Baum gefällt. Ich glaube, jetzt haben wir die keine Ahnung. Ich glaube, einer macht mehrere Baumstämmen, aber ich finde jetzt gerade nicht immer die restlichen. Ja, ja, ich habe auf jeden Fall hier übel viele. Eine Fackel machen können oder so. Fackel? Ja, vielleicht meinst du? Wir machen uns Mainindex. Äh, ja, okay, ich habe gleich die kleine Hütte fertig gebaut. Ich weiß zwar nicht, was man da machen kann. Ich hoffe, schlafen. Das macht Sinn. Das ist schon zig. Oh, Junge, erschreckt mich doch nicht so, Digga. Digga, der kam straight up auf das Zuglaufen von hinten. Alter. Digga. Zwischen dahin. Digga, weißt du was? Alter, nice. Aber wir nehmen die Zweite. Übel, Alter, übel. Da habe ich jetzt einen Baumstamm jetzt. Okay, krasses Lagerfeuer ist da. Okay, nice. Und da wird das jetzt auch. Denk mal gleich fertig. Ja. Oh, nice. Oh, C, speichern. Speichern, sehr schön schlafen. Ich habe jetzt gespeichert, aber wenn du jetzt schlafen möchtest, können wir die Nacht 2 von 2 schlafen. Ja, lass doch mal jetzt zurückgehen zu diesem Dorf da, oder was da war, gell? Da vorne ist das Dorf. In dem Spiel gibt es auf jeden Fall... Hier ist der Eidechse. Ja, tötet die, tötet die. Mit denen kann man Armor machen. Oh, Junge, ist die schnell. Okay, habe sie. Weil hier ist schon echt schlecht. Ey, irgendwie siehst du auch die ganze Zeit dieses Haus-Symbol. Soll ich das da lassen, oder soll ich es wegmachen? Haus-Symbol? Nee, ich sehe die ganze Zeit dieses Haus, wo unser Kernbau ist. Das ist auch gut, dann kommen wir wieder zurück. Da vorne sind so zwei Häuser, da könnten wir hingehen und schauen, was abgeht. Das habe ich vorhin schon von oben gesehen. Ja, und das würde mich auch sehr interessieren. Ja, lass mal gehen. Oh, das ist ja so chillig, Alter. Ich weiß nicht, ob du das Meerwasser überhaupt trinken kannst, weil... Ja, hier sind ja Flüsse so. Oh, hier liegen einfach solche Haie und sowas. Was? Oh, lol. Da liegt ein Haie und da liegt ein Haie? Und da auch? Ob, Digga. Warum liegt hier drei Haie? Alter, Luten. Ich liege noch nicht, aber... Oh, ich habe den Kopf abgeholt. Sorry. Ja, habe ich auch. Oh, Alter, wie? Digga. Ach, nimm mal den Kopf in die Hand. Oh, ich jetzt echt gemütlich, Mann. Übel, übel. Ich glaube... Haben Sie nicht. Die Idex ist durch. Ach, ich hatte was gerade. Ah, okay, die Idex ist jetzt komplett schwarz, einfach. Scheiße. Also, man darf echt nicht... Es ist zu lange drauf lassen, sie merke ich gerade. Glaubst du echt? Ja, ich habe gerade keinen Hunger dazu bekommen. Du, du musst auch... Riecht viele Zungen, die... Oh, mein Gott. Hä? Wo kommen wir einfach zu, Digga? Egal, ich nehme die von hinten. Ich nehme die von hinten. Meinst du? Ich helfe dich, helfe dir. Oh, der Schnelle ist aber gefährlich. Aber egal, dass du ein kleiner Punkt hast. Das ist ein Kind? Der ist einfach das Trailer mit dem Kind sein. Nee, das ist noch brauche. Hier, ich habe den einen. Was auch, das ist noch welche... Was, wie viele sind das, Digga? Ich glaube, wir sind in O, Digga. Die habe mich gerade übelst, ja. Ich habe mich gerade so gut erwischt. Ich habe mich gerade so gut erwischt mit zwei Schlägen. Ich habe mir 50 Mal gebrochen und mit zwei Schlägen hat den Pumpe. Also, das ist noch... Du noch zweit von dem. Ey, weinen, show der Wein. Oh, mein Gott. Ich bin fast so, ich weiß so. Ich wollte blocken, glaube ich, mit rechts. Ja, ich bin fast so, Scheiße. Wir machen, Digga. Lass einfach weglaufen. Ne, Mann, ich komme jetzt zu Tode. Oh, schön. Schätze, das ist tot. Für tot, für tot, für tot. Nein, Digga. Nein, niedergeschreckt, oder? Ich finde Medizin. Die greift nicht weiter an, oder was? Nee, nee, ich brauche Medizin. Geht zum Neustart. Ich helfe dich, helfe dir. Ich habe mich geopfert für dich, Digga. Ich bin direkt wieder hingefallen, weil ich spawn halt. Ach, Scheiße. Sind wir jetzt beide tot, oder was? Bist du auch tot? Jetzt sind wir nochmal von vorne. Nee, aber alle Sachen sind einfach da. Echt? Ist das Lagerfeil? Ja. Oh, Mann. Ah, ja. Ah, shit. Lass mal schnell zurücklaufen und schauen, ob wir unsere Sachen wieder bekommen. Ich sneak mal ran. Ey, hier, Party ist vorbei, Junge. Kannst herkommen. Aber ich finde halt nur nicht... Ach, jetzt bin ich... Ich rück die ganze Zeit eh, wenn ich irgendwelche random Sachen kenne, kriege ich ein Geräusch, aber ich weiß ja nicht, was denn mit dem Posten kommt. Jo, ich habe alles wieder. Nice. Ach, geil. Was the flip? Mal einfach rutschen. Das ist einfach eine Rutsche, Junge. Was hast du? Oh mein Gott, Alter. Sind jetzt überall diese Krebs, oder was? Keine Ahnung, ich schau mal hier. Oh, nee, hier nicht. Jo, was geht, bruh? Was geht, bruh? Ja, okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier App ist schlug, aber hier ist keine App ist schlug. Leider nicht, Liga, leider nicht. Egal. Ja gut, dann war es das jetzt. Danke fürs Zuschauen. Lass ein Like da und kommentiert dieses Video, wenn es euch gefallen hat und tschüss. Ciao. Hier ein Ball ist hier. Nimm trotzdem auf, weil sowas nicht hässlich passiert ist. Ja, ja, ich iss noch. Einfach ein Ball, Liga. Liga, komm. Fang. Ja. Papa, wer will ich so weit, Mann? Ja. I don't know.